Rauswurf aus Lugner City.Wundert mich, so wenig kassierte Simone Lugner.Bis Mitte November bekommt Simone Lugner noch ein Gehalt von der Lugner City ausbezahlt. Und das ist laut ihr gar nicht mal so hoch.Kurz war ihre Anstellung im Kulteinkaufszentrum. Rasch nach dem Tod von Richard Lugner folgte schon der Rauswurf von Simone. Offenbar die neuen Geschäftsführer, Gerald Friede und Jacqueline Lugner, keine Aufgabe für die Witwe des Baulöwen. Rede von fünfstelligem Betrag.Schon am 30. September wurde Simone freigestellt. Bis zum 15. November geht noch die Kündigungsfrist. Heißt, da bekommt sie ihr letztes Gehalt ausbezahlt. Wie viel Geld bekommt sie aber? In mehreren Medien war von bis zu 8.000 Euro brutto die Rede. Gegenüber heute meint die Lugner-Witwe, das wundert mich. Diese Information stimme nämlich nicht. Am Lohnzettel würde eine geringere Summe stehen.Laut Simone wäre es ein fünfter Liga-Betrag gewesen, jedoch auf das ganze Jahr gerechnet. Bei einem Monatsgehalt von 8.000 Euro wäre man also bereits über 112.000 Euro und damit sechsstellig. Ob es also vielleicht 7.000 Euro brutto sind? Oder besser gesagt, gewesen wären. Für mich ist es keine Option, stellt sie im Gespräch mit heute klar.Vorstellungen hat sie auf jeden Fall ganz genaue. Mich interessiert ein Job ohne starre Bürozeiten, mit viel Abwechslung und Action. Eventuell auch mit internationalen Kontakten. Oder auch in Richtung Marketing, Social Media. Jedenfalls nichts wie Buchhaltung.Ein Drittel für Simone.Bereits vor dem Notartermin hat jedes Familienmitglied eine Kopie des Testaments erhalten. Laut OE24 soll Bienchen mit einem Drittel des Baumeistervermögens bedacht werden. Der Rest soll zwischen den vier Nachkommen aufgeteilt werden. Jacqueline und Alexander Lugner erhalten dabei je 22 Prozent erhalten. Andreas Lugner und Mörtels uneheliche Tochter Nadine bekommen je 11 Prozentpunkt einst erliger Prozentanteil. Simone bekommt neben Richards Vermögen auch einen einstelligen Prozentanteil an der Lugner City. Jacqueline hat das Lugner Kino und die Garagen GmbH geerbt, berichtet OE24. Sohn Alexander bekommt die Baufirma, Andreas Lugner die Immobilien. Tochter Nadine hat der Baumeister seine Aktien hinterlassen. Neuer Opernball ohne Simone Lugner? Der Wiener Opernball 2025 wird wohl ohne die Witwe von Richard Lugner stattfinden, so ein enger Vertrauter der Familie gegenüber OE24. Erd, der Baumeister, der dieses Jahr verstarb, galt als zentrale Figur des Balles. Nun steht seine Tochter Jacqueline im Vordergrund, die sein Vermächtnis fortführen wird. Doch nicht alle aus dem alten Kreis werden dabei sein Punkt Überraschungsgast sorgt für Spekulationen. Ein Insider verriet, dass es einen besonderen Gast geben werde, den Richard Lugner vor seinem Tod persönlich bestimmt haben könnte. Details werden jedoch noch geheim gehalten, was die Spannung um den Opernball zusätzlich erhöht. Ein Gruß des verstorbenen Baulöwen sei ebenfalls nicht ausgeschlossen Punkt Konflikte innerhalb der Familie. Die Familienverhältnisse scheinen angespannt. Simone Lugner hatte zuletzt Streitigkeiten mit der Geschäftsführung der Lugner City. Laut einem Insider soll sie versucht haben, ihre Stieftochter Jacqueline in ein schlechtes Licht zu rücken. Dies führte offenbar zu ihrer Kündigung und zur Entscheidung, sie beim Opernball nicht zu berücksichtigen. Fehlende Aussprache beim Notar-Terminpunkt Am Montag war ein Treffen zwischen Jacqueline und Simone Lugner beim Notar angesetzt. Allerdings war nur Alexander Lugner anwesend, während Jacqueline durch ihren Anwalt vertreten wurde. Insider sprechen von einem tiefen Bruch zwischen den beiden Frauen, der seit der Kündigung besteht. Ausgleich auf einem минутgeschäft auf einem kleinen Ruhigen, der sich damit nicht gegen den Sekunden befindet.